Meine Uhr würde nicht mal putt gehen wenn die Mo-Mann mit Sturmschild und Axt drauf springen würde mit. Krips oder die Flugzeuge von 9-11 Tower würden es auch nicht schaffen nicht mal Nikos. Dünsch es würde sie verätzen lassen nicht mal wenn Dennis sein Schallgeschrei benutzen würde oder wenn Max mit seinem Gay Headset Qualität schreien würde oder wenn Paul mit seinem Tic Tac Dose aufs Mikrotum heben würde und es drehen lassen würde.